Heute bin ich mal mit einem etwas älteren Spiel. Es geht gleich los. Wir machen gleich ein neues Spiel. Na kommt. Ja. Wie ihr schon seht. YouTuber Live. Ähm. Ich hab ja schon einen Spielstand. Ich könnte äh... Was lauter? Was lauter? Was? Mach mal. Mach mal. Mach mal. Alles. Alles brauche ich nicht. Okay. Geht los. Jetzt kann mal... Wer zugucken möchte, kann gerne dazu kommen. So. Jetzt sind wir live. So siehst du. So. Wir fangen natürlich ein neues Spiel an. Natürlich logisch. Und viel Spaß. Ich habe es endlich geschafft. Ich bin der beliebteste YouTuber. Äh. YouTuber. So. Ich verwalte mein eigenes Netzwerk. Das war ein schwieriger Weg bis dahin. Das ist meine Geschichte. So. 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 Euch die machbar! So. Ähm. Das ist mein Yerrrm. Ganz ganz. Das mit gewissen Netzwerk. Oh graphics potest! Der Schneekpeặmer. An Frage mit meinem Haar hat die Kürbуляfen. Oder nicht. ţes Zahlen carrot. Ah, naja, ist nicht ganz so. Ich hab keine Mütze auf. Oh. Nein. Oh ja, das ist schön. So. Nee. Ja, ist aber nicht meine Lieblingsfarbe. Mann, der mich. Und nicht dich. Hä? Ah, komm. Das passt nicht. Brüder hab ich nicht. Danke. Neue Freunde zu treffen ist dein Lieblingshobby und eine unendliche Kontaktliste ist dein Ziel. Genie. Dich kümmert es nicht was andere denken zu lernen und neue Dinge zu erlernen macht Spaß und ist einfach. Du bewirbst dich für dein Studium. Partylöwe. Partylöwe. Ich hab dich. Ich hab dich. Und Mama. Ich hab dich. Natürlich Gaming. Ich bin ein Gamer. Nein, nicht Andy. Name des Kanals. Wow. Das ist mein Name. Natürlich den vom Streaming-Kanal. Das ist mein Name. Mein. Zack. Und das ist jetzt mein Name von meinem YouTube-Kanal. Jetzt. So. Werte Freunde. Dann geht's los? Ja. Die möchte ich ja schaffen. Tutorial können wir machen. Machen wir ja, dass alle wissen worum es geht. In diesem Raum begann ich mit meinen ersten Videoaufnahmen. Ich war gerade mit meiner Mutter hierher gezogen und hatte auch nicht viele Freunde in der Nähe. Schauen wir uns die ersten Sachen mal genauer an, die ich gelernt habe, bevor ich der YouTuber Nummer 1 wurde. Tutorial überspringen Leute oder zeigen? Zeigen. 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 Gut. Dann machen wir weiter. Standorteinstellungen. Kamera. Hornes. Charakter kann da hinrufen. Wunderbar. Damals hatte ich viel Spaß mit den Spielen, die ich in meinem Regal hatte. Mh. 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 Da ist die Tür, Papa. Ein Spiel. Da hat er viel Spaß gehabt. Wunderbar. Mh. Dann machen wir mal ein bisschen Gameplay. Was haben wir denn hier? Nummer 1. Das haben wir hier. Nüssige Auflösung. Mh. Kein Filter. Mono. Aufnahme starten. Das lasst man erst mal so. Aufnahmephase Ähm, ja Lass uns das erst mal Okay, machen wir das Was? Nur zwei Dinge? Cool Und rendern Oh Und natürlich hochladen Äh, mich nervt immer noch Wie lange es dauert ein Video hochzuladen Aber ich sag's dir Zu sehen wie Aufrufe, Abonnentenzahl und Einnahmen Immer weiter wachsen ist genial Oh Außerdem gibt es immer Kommentare Die mir helfen zu sehen Ob meine Videos wirklich gut sind Ja dann Ich musste jeden Monat einen Test schreiben Also musste ich lernen Bei einem bestandenen Test würde ich eine Belohnung bekommen Aber wäre ich durchgefallen, hätte mich meine Mutter zuhause verdonnert Ja, hast du genug Zeit zum Zum Videos machen Yeah Papa Kaka, kannst du jetzt aus der Tür mal Oh, jetzt bitte mal rüber, Papa Was? So kurz? Ich konnte immer überprüfen, ob ich für den Test bereit bin, indem ich auf den Kalender meines Handys schaute Aber zur Schule zu gehen und gute Noten zu bekommen ist nicht alles im Leben Manchmal ging es auch Ging ich auch einkaufen und schaute mir neue Spiele und Konsolen an Dann hast du doch nicht mein Geld doch Ohne Dollar hat doch Haha Papa Kaka, kannst du jetzt mal auch mal rüber Du hast dir gesagt, das Tutorial soll ich machen Mau jetzt nicht rum Nee, meine Zimmer auf der anderen Seite der Tür Ich musste mein Zuhause zum Einkaufen nicht verlassen Online Bestellungen sind eine einfache und schnelle Art, um an Dinge zu kommen Haha Also jetzt hier Einkaufen Oh man, alter Du hast doch keine Kohle, Junge Äh, es waren früher allerdings nur drei Läden verfügbar Die übrigen wurden mit der Z eröffnet Äh, was soll ich jetzt hier machen? Ne Spiel oder was? 30 13 Dollar Hier Ich war bereits mit den Grundelementen der Herstellung von Videos vertraut Mir war bewusst, dass er anfangs schwer sein würde Aber ich hatte mich dazu entschlossen, ein YouTuber zu werden Niemand konnte mich stoppen, ich würde es schaffen Wir brauchen dann noch einen Was ist denn hier? Nein! Das ist... Unge! So, dann machen wir mal ein neues Gaming Video. Mittel 34. Na ja. Ein Video können wir machen. Aufnahme starten. Formelle Begrüßung. Hauen wir mal gleich Marinya. Das haben wir nur. Komisch. Na. Wie waren wir? Neuer Rekord. Wunderbar. Ach, da unten steht dran mit Gameplay. So. Null Dollar. Wir haben Null Dollar verdient mit den eigenen Videos, Johnny. Hey, kannst du bitte Tür? Jetzt? Hä? Ich geh mal essen. Und danach geh mal. Lernen. Kannst du mal mal die andere Tür? Ist nur die hier? Ich hab nur eine Tür. Da lang. In die Richtung. Da hinten kommen wir nicht hin. Hör auf jetzt. Oh, hier? Mein Gott. Das lädt ja immer noch hoch. Meine Güte. Oh ja, es geht. So. Wir haben jetzt natürlich... 87 Dollar haben wir jetzt noch. Ach, jetzt ist es wieder hoch gegangen. Alles klar. Machen wir mal gleich ein neues Video da hinterher. Wie so? Was Papa anfängt? Wurde dann immer geguckt. Ich bin neu hier. Hahaha. So, komm, komm, komm. Haben wir das jetzt da oder haben wir das jetzt nicht da? Komm, komm. Komm, wir machen. Wir können jetzt den Kommentar. Äh. Minus. Wir können jetzt erstmal gar nichts großartig machen, Johnny. Nee, Kaka. Kannst du nur noch in deinem Zimmer was zeigen, Papa? Ja. Bis ich mir ne neue Wohnung hole. So. Essen. Ich bin in deinem Zimmer. Ich bin in deinem Zimmer. Nein, ich... Du musst ich erstmal... Weiterkommen mit... ...und... ...und... ...spiel. Mach gleich aus, Junge. Irgendwie wie so eine Lefte immer schrönt, aber... ...das ist deine Karten, sag mal. Ja, ja, mein Gott, lass mich in Ruhe. So. So. Du kannst doch auf... ...einen... ...gottners auch was zu sehen? Nee, du solltest doch lernen gehen, Junge. Fauler Sack. Hier ist zum Gebot drin. Raus. Oh. Wieso raus? Du hast eine ganze Menge in dieser Woche gelernt. Herzlichen Glückwunsch, mach weiter so. Wusstest du schon, dass du mit Aushilfsarbeiten etwas Geld hast? Eieieiei, wunderbar. Jetzt kommt Arbeit dazu. Arbeiten befreit das Leben. Dann muss dir Mama und Papa nicht mal alles geben. Was macht Martin Kram da nicht so rum? Sonny nimmt er da jetzt das Spiel mal so an, wie es kommt. Sehr gut, du hast einen Talentpunkt erhalten. Immer wenn du ein Level aussteigst, du hast einen Punkt. Jetzt leg dich erstmal schlafen, Junge. Sehr ruhig. Essen. Lernen. Und danach kannst du dann noch arbeiten gehen. Und nach dem Schlafen haben wir erst mal ein Video. Hm? Arbeiten. Was denn? Nein, nein. Jetzt können wir erstmal arbeiten. Du hasttest in Arbeit. Nein, das war erstmal Schule. Damit du gehen musst immer. Jetzt Schlafen wir erstmal ne Runde. So toppenstchen. Und dann kommt ein neues Video. Haben wir jetzt noch guten Saft drin in den Innspiel? 100%! Dann machen wir doch weiter! Oh, los, ran da an die Buletten-Jungchen! Mach das Video! Hm. Dann machen wir das mal. Minus. Das da. Machen wir jetzt mal 2. Ja, Papa? Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Du kriegst mal ein wenig Geld. Meilenstein. So, du kannst doch mal schlafen. Und danach jetzt noch raus. Essen. Lernen. Arbeiten. Wir brauchen Geld, Moneten, Piepen und Ratten. Möwe. Das mit der Schule müssen wir auch noch schaffen. Rennst er gerade für die Schulen vorbei? Ja, jetzt rennt er gleich in die Schule. Oh! Schade! Die Frau steht leider nicht so lange hier. Sitz'n! Naja, tschüss! Thema Arbeiten! Was ist denn da? Äh, was hab ich denn angenommen? Ich hab das denn angenommen? Oh, Gameplay! Oh, das müssen wir gleich machen! Ich glaub, wie müde er ist! Cool! Gameplay! Komm, mach! Müssen wir doch schon! Da müssen wir mal ein bisschen den PC aufrüsten, Johnny! Den hier? Ja! Ach, Minos! Na, klasse! Meinst du, meinst du hier? Und das? Echt noch? Oh, ohne den PC! Den da drinnen! Ach, den da! Oh, nicht mein! Das hier kann man machen! Das hier kann man machen! Was sehn's hier? Ist das für meine Aufrüstung? Nein, das ist für meine Arbeit! So! Ich kriege meistens immer... Äh, Aufträge von Freunden! Oh, nee! Wie kommen wir denn hier rein? Wollen denn ein Gameplay-Video machen? Oder sonst irgendwas? Oh, morgen! Oh, morgen! Auch machst du eine Party! Ja? Oh, nein! Nein! Repariere! Du Lappen! Was ist denn hier? Die Kamera mal umstellen! Die bescheuerten Hunde! Ich kann nicht durch die Tür! Ich muss warten, dass der fertig ist, oder was? Hallo, was ist hier los? Könnt ihr mich mal rauslassen? Könnt ihr mich mal rauslassen? Könnt ihr mich mal rauslassen? Unternehmt noch jemand? Gibt doch gar nicht! So, jetzt kann ich erst so! In diesem Land konnte man alle möglichen Sachen kaufen, um seine Merkstätte... Äh, Wurk! Aber was? Du hast ja... Äh... Nee! Du kommst nicht raus! Du kommst nicht raus! Du kommst nicht raus? Wollt ihr mich verarschen? Tastatur! Kommen denn? Okay, nehmen wir mal mit! Nee, das Gehäuse können wir noch nicht holen! Komm mal her! Monitore auch noch nicht! Die Maul! Äh, da hältst du gar, gar, gar gar nicht... die Tür ist gar, gar gar nicht gezeichnet... ne, Nikse, rum! 瑠 Yochals Bis zu Events wurden im Kalender meines Smartphones gespeichert, wenn ich an einem Event teilnehmen wollte, musste ich bloß die App öffnen, meine Teilnahme bestätigen. Nimm dein Smartphone, Kalender, 65 Dollar, Ticket kaufen, Hammer. Ja, ja, hat doch jetzt die Klappe. Papa, wie gehst du da? Komm schon, Satz zum LPS, lade weitere Videos hoch. Deine Freunde mögen es, dass du sie nicht vergessen hast, als du berühmter wurdest. Deine Häusern hat sich verbessert. Was? Berühmter? Ich bin doch nicht berühmter geworden. Gehst du meist aus dem Weg da, Junge? Du musst mir natürlich wieder Geld verdienen, Johnny. Ich habe genug bestellt, Johnny. So, du erst mal essen. Lernen. Papa, kannst du bitte reingehen? Arbeiten. Kann ich nicht. Muss auch was tun, Junge. Die Tür? Was? Wer da hin möchte? Wir haben den Talentpunkt, wir machen gleich mal, wenn der Vati ist. Na komm, mach jetzt. Wir müssen zur Schule, du Lappen. Nein, er muss erst mal schlafen, der Junge. So, jetzt haben wir wieder 81 Dollar. So, wenn du nicht schlafen hast, Kumpel, gibt's ein neues Gaming Video. Kann man nicht verkaufen? Können wir. So, hier kommt noch mal eins. So, oh, wir haben ein neues Zeug, stimmt ja. Wir können jetzt Stereo mit dazu nehmen, wunderbar. Komm, Computer. Nehmen wir das. Oh, oh, und in welche Richtung geht's? Geht's zur Schule und zur Arbeit, Kumpel? Weiß ich nicht. Was, wir bitte da mal lang gehen, Kumpel? Das geht nicht. Ich kann nicht selber dahin latschen. Geht's nur im Kreis von den Zimmer hier? Oh, neuer Rekord. So, wir haben jetzt ein bisschen... Oh, wir haben jetzt ein bisschen aufgeladen. Komm, leg die mal noch kurz hin. Essen. Lernen. Arbeiten. Schöner Tag, war? Für ihn. Essen. Essen. Lernen. Arbeiten. Oh, 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 oh. Die ist zu spüren. Das ist egal. Er geht doch schon. Du bist doch eh mal dann in der Schule, Johnny. das ist eine tolle bewertung naja wenn wir ausgezogen sind dann die brauchen wir nicht mehr zur schule aber jetzt muss man noch den willen der mutter durchsetzen schlafen und neues gaming video dann gibt es noch essen aufnahme starten mit nachher haben wir noch mitarbeiter johnny ja nicht da wenn wir uns vergrößert haben das nimmer das ist auf der erde er hatte ich habe ein kühlschrank am bett nara doch nein ich habe nara ein ding ich habe einen kühlschrank am bett nara was ist das was willst du computer ist kaputt gegangen und ich kann eines meiner videos nicht bearbeiten ich habe aber gehört dass du darin ziemlich gut sein sollst könntest du es für mich hochladen ich werde dir das bild zuschicken oh man viel pc naja ok super ich kann ja gar nicht ich kann ja gar nicht das rendert ja noch ist der vor der heute ist die derzeit Dann machen wir gleich ein Gaming-Video davon. Oh, auch 100%. Das ist schön, dass man die Spiele behalten kann. Weiß ich nicht, weil ich was erledigt habe. Oh, komm, ja, mach, 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 setz dich ran an. Nimm dich. Mutter. Ich muss warten. Wenn wir uns nicht vor, nix vorzuwerfen. Wir haben gearbeitet in der Schule. Oder siehst du es an uns? So, Blick von Müller, mal mit dir. Nee, ich kann nicht die Schauspielung mal nehmen. ja ich höre mich jetzt als ich zurück in mein zimmer kam entdeckte ich mich es umzugestalten kann die hand laufen ich kann auch nichts anderes mehr machen und jetzt warten bis dieses scheiße wir den kochern der pc ist kaputt soll einkaufen mit kaputten ja die klappe jetzt hier ist ein fotorahmen schnauze jetzt danke meine gott kann ich das jetzt mal reparieren reparieren hä was war denn da jetzt so so essen lernen und arbeiten die höhere wir kommen desto mehr können wir also somit desto mehr kohle kriegen wir jetzt habe ich mir noch ein video oder zwei video spiele kaufen oben vier dollar kriegen wir für das eine video 3000 aufrufe arbeiten das war jetzt von schule arbeiten er muss arbeiten machen aber ich muss uns hier mal ein paar freunde ein freunde anlagen geld reden nun muss kochen reden nur mode reden und hier ist noch jemand vor allem was können wir machen hier hier muss nur freunde werden dann haben wir schon mal eine ne partnerin mit dem man nach arbeiten kann dann das ist immer noch fremder naja ma schade du kann ein hier wo leute reden ich finde nur versnobte leute ich finde nur versnobte leute und wenn sich nicht die 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 den die 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 du musst zwei monate im voraus zahlen um die wohnungen mieten zu können das sind 160 dollar packt deine sachen sobald du das geld hast und wir ziehen zusammen ich kann noch nicht mal schlafen auto muss abbauen aussehen dann hau mal ab als ich mehr erfahrung gesammelt und einige ziele erreicht hatte hatte ich eine neue wohnung freie die mir mehr talent studenten wg zimmer ist größer ist ja ich will umziehen und was wir dauernd aber kein geld genau diesen räumen wurde mir klar dass ich wirklich von youtube leben könnte abgesehen davon hatte ich zeit kurse zu belegen und meine fähigkeiten als youtuber zu trainieren trotzdem hatte ich noch andere fliechen ich war endlich in meiner neuen wohnung von da an konnte ich essen was ich wollte die kühlschrank ich hab euch sagt ich habe einen kühlschrank essen komputere los 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 komm schneller essen sandwich hier rind bruder und hier schlafen kommen das ist ja oh mein gott ich hatte nur zwei zentwisses doch ich konnte per kühlschrank mehr kaufen was essen kaufen per kühlschrank das wäre auch mal geil oder wie viel geld haben wir 37 dollar in kuchen gehen arbeiten ja halt die schnauze jetzt was das ja geh bist du und die psb haben noch nicht die so zu holen arbeiten muss haben wir denn jetzt hier 20 dollar für 20 dollar haben wir 47 dollar Sie sind die Karbonnizung? Ja. So. 100. Okay, ab. Ran an die Buletten. Komm, Renia. Mach ich hin. Kannst du auch mal die falsche Tür machen, Papa? Nee, kann ich nicht. Ich meine woanders mal. So, formelle Begrüßung. Mach Paletti, moh. So. So, das, das. Okay, kann ich nur eins Gute Krippur machen. Kannst du auch die Fenster öffnen, Papa? Nein. So schlau sind sie nicht. Ich hab ein Schiffmann bekommen. Das. Oh, das ist wunderbar. Du gehst nicht an mein Computer. Boah, schwinder! Scheiße. Du gehst nicht an mein Computer. Verschwinde! Boah, boah, boah. Wenn ich hochlade, kann ich eh nicht ran. Und schlafen. So, wir haben irgendwas freigeschalten. Hier haben wir doch Karten. Was ist das denn? Komm, ja, ja. Und das. So. Haben wir's jetzt beide. Danke. So, wir haben ein neues Video oben. Gleich. Zandwich. Zandwich. Da müssen wir mal ein bisschen hin, äh, arbeiten hier. 65 Dollar. Karte und Tabakern, kannst du hierher, hier jetzt auch hinlaufen, da hin jetzt? Ne. Ja auch nicht? Kannst du jetzt auch mal die andere Tür rüber? Johnny. Es geht nur eins raus. Es dreht sich alles in den, äh, in den Häusern ab, Johnny. So, warte mal. Ich meine, dein Büro laden abgeteilt. Yeah. Wie ist denn du jetzt hier? Ich würde gerne das Kino einladen. Jo, komm. Ne mal Kino. Ne mal Kino. Ne mal Kino, wa? Ja. Ich muss jetzt rüber, Papa. Ne, ich muss ja raus. Ich meine, dein andere Türmer. Papa. Ich muss doch jetzt verdienen, Entschuldigung. Neue Handy. Das ist Kino. Gucken wir uns gleich einen schönen Film an. Und wenn Papa berühmt ist, kann man sich hier knipsen lassen. Was und das? Was ist das denn hier? Bist du denn? Ich will nicht jeden fordern. Ah, kann ich doch gar nicht. Ja, na, na, na. Ich muss einfach mal. Ich will einfach nicht drin, der will ja mit jedem quatschen. der schlimm war hier ist dringend gewesen so muss man hier Plätze kommen hinsetzen man kommt schon im video guck mal ist das ganz schlechte Qualität auf Party kann man auch gehen muss nur jemand einladen ok funktioniert nichts ich kann nichts drücken im kino davor das ist mein leben nur dass der im kino latschen kann und ich nicht ich war nicht ins bett damit du dich wundern soll so ein muss man mal gucken wie wir kosten dieses diese händige da 115 halt er noch mal arbeiten kleiner dann haben wir uns jetzt zusammen 55 randa und dann holen wir uns das Handy mal liegt die Tür da hinten und dann gleich wieder zu geht die siehst du bleibt die zeige ich dir die dann nicht die da die was grad oder die da die 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 so sie und noch zu sehen da haben wir es doch können uns nichts anderes leisten So, was willst du jetzt? Der Computer ist kaputt gegangen. Ich habe keine Playstation. Ich habe nur eine Playstation 4. Hast du das drin? Nee, hier. Brichchen neben. Hast du eine Playstation 3? Jetzt, da ich mir ein neues Handy gekauft hatte, musste ich mein Leben als YouTuber mit meinen vorderen Teilen. Mal sehen, wie das geht. Ja, ist gut. Da zockt man nur dran. Da zockt man nur dran. Hör doch mal zu jetzt. Mann. Ja, hör doch mal auf. Oh nein. Vielleicht konnte ich die Miete in jedem Monat nicht zahlen. Ich musste keine Lösung finden. Oh Gott. Oh mein Gott. Gib doch mal ein bisschen Geld. Und nicht bloß mal das Scheiße hier. Ja. Oh Gott. Ja. 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 mummi ist blätty gewesen man ja ich halte doch die klappe jetzt junge dann gab es doch nicht so ein glatt oder so auch so dann muss essen und ein neues video hochladen 100 kann man das hier verkaufen immer noch so eine nach wenn man wieder ein bisschen kohle kommen sind dann der pc aufgerüstet mann ich finde sie auf dem mund und rückfahrkarte denn was für mutter ich hab keine mehr die wohnung noch weiter ich bin ausgezogen junge wir auf der nacht so geht's so für ein Dach Mario Kölner Hachas gepächt was wird schon wieder kann wenn ich die Latte hoch so ein neues Spiel stimmt und gehen ein Spiel das Spiel na fangen jetzt an hier am Mann auch kommen auf der Präsentation von Indio Face Beach on the Orgente Real was das ist wie lange Name kannst du dir mehr in die Menschen merken man Möbel Toro Möbel Möbel für die Schicksalsbrühe Möbel Toro und die nicht mehr Preis von 35 Dollar 6. Februar die dritten Februar Rom Rom Ok das ist genug ich gehe jetzt und Schüsse die voraus haben wir haben 3687 forderung gehe weg da für nach hause wir gucken ob mein video hochgeladen ist ja ja ich habe jetzt so und jetzt machen wir das ding Das hat nicht funktioniert. Oh! Ja, da musst du aber... ...dass doch arbeiten gehen. Meine Mama guckt schon mal so böse. So, geh arbeiten, Junge. Los, hopp, hopp, hopp. Wollt ihr nicht Geld? Warte auch nicht? Nein! Nein, es geht nicht! Ich spiel auch denn noch. Meine Güte, ich bin hier auf den Keks. Echt mal. Du, auch wieder an deinem Solo? Steuern? Hat er sich ausgesucht, Leute? Mhm. Ich spiel meinem Leben nach. Nur, dass ich, äh, im richtigen Leben ins Kino gehen kann wegen dem. Erst du. Wieимkopf? ein in diesem europasie versylon gestern hat den 9 monitor mussten holen ich habe noch ein neues gaming video das ist schon mal aufzulabern das ganze kleine zimmer hin ich nehme einen lustigen kommentar dann schmeißt man johnny mit rein natürlich das ist trotzdem hingeschoben kaputt schlafen immer weg da ja nötig schlimm alter ja nein komm du musst jetzt noch mal essen dann musst du arbeiten komm hopp ja warum was machst du immer so dumm wenn der pc nicht kaputt ist da brauche ich auch keine reparator kann ich noch mal arbeiten hier leitung schmutzige worden ist genug geld ich habe da kein talentpunkt so guck mal 30.000 abonnenten brauchen wir für zwei zimmer luft dann haben wir zwei arbeitsplätze dann kann auch einer mit arbeiten und was ist denn das da da wohnen wir gerade weg und da da will ich hin weg da willst du hin das heißt wir müssen neue äh 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 so meinungss so so gehen mal jetzt schnell für 20 Dollar äh arbeiten und dann müssen die ja weg sein und dann würde ich mir mal ein neues Spiel holen hier raus aus mein Zimmer alter äh das nervt usual raus nah komm 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 man там Komm her, spiel! Wir kriegen ein Gaming Video! Gaming Video! Cade! Brauchst mir nichts zu essen Йb! Ich esse was anderes! H-Figaster! Hä- h- Ich hab keine Ahnung was er will! H-Figaster! Rauch, was wird essen sollst er jetzt gerade rum? So, perfekt, beide Aufnahmen! So komm! Das wurde gerade repariert. Junge. Geh nicht auf den Zeiger hier. Hochladen. So. Schlafen. Dein Arsch brennt, Junge. Das ist ein Zeichen, dass es Ränder hat. Ja, Pech. Du musst gar nicht mit deinen Computer holen. Kannst du auch über deinen Computer machen. Beule. Was hast du denn? Ich komme doch nicht mit so einem Scheiß an, ey. Ich habe noch keine Konsole. Mal gucken. Die Nerven, wenn kommt. Am guten Blutjohn. 100ig. Böken und Fünf mit anderen. Und schon. 65 Dollar? Da ist man gleich noch dran. Hinten haben wir gleich über 300 Dollar. Okay, gleich hinten an. Wieso? Geht der wieder raus? Wiederschaft. Kannst wir einmal eine Amtelführzeichnung, Papa. Nein. Nur dir. Junge, es spielt sich nur in unserem Haus ab, Mann. Ich hab dir gesagt, wenn ihr das weiter nerven muss, mach ich alles. Ich hab's nicht gern ab aus. Ich hab's nicht gern was anderes. Es ist so dunkel da drin, aber... Oh, Mann. Ich hab's nicht los! Es ist nicht schlimm, Mann. Es ist ein zieb. $55! Dollar. so ein r das 30 30 muss man holen hat doch die klappe man die hause an eine wo es nur spielen boah es gibt nicht die geht mir dermaßen auf den sackel die als mitarbeiterin so und das haben wir jetzt das haben wir das was wir weg machen Du kommst nicht bei den Tunis. Neues Gameplay Video. Jetzt geh mit Gott aber gehe. Ich bin schon wieder kaputt. Oh Mann. Ja, ich hör nur schon. Ey, wie du hast jetzt schon. Ich sag Kuchen. Der Eiskuchen. Zupfkuchen. Zupfkuchen haben wir da auch nicht. Oma? Ach, mach mal so. Passt du. Neuer Rekord, siehste? Der ist schon kaputt. Meine Fresse. Was ist denn? Natürlich. Geh mal. Du isst erst mal was. Na los. Los, ab jetzt, ab ins Kilo, du Lappen. Ist ja schlimm. So, könnte man... ... Du DIFERELEN, stolz drauf. beim SudeldPNern. Mal ist sch见? Man hat nicht eingelecht. Mal ist sie irgendwo stehen. angeschossen hier für die probleme oder was ja wie es uns schon hin keine angst Dann läuft das schon, wenn es nicht so schlecht ist. Ich bin blind, dann kriege ich eine Knickstarre, wenn ich mal hochgucken muss. Ungefähr noch eine Stunde, dann muss ich Papa auch was zu essen machen. Kann man sie noch überbackene Stuhl machen? Gut. So. Aber LKW gibt es heute noch. Okay, das ist genug. Hey, ritter mit den Stelzen. Ich bin gut zu Hause. Was ist denn jetzt los? Dreh doch nicht gleich durch, Junge. Was willst du jetzt? Wir gehen jetzt arbeiten. Ja Leute, das ist jetzt ein bisschen. Wir müssen jetzt ein bisschen, ja. Bisschen Geld verdienen. Wir brauchen das unbedingt. Weil ich möchte jetzt mein PC ein bisschen aufrüsten. Und das kostet ja nichts. Ich möchte dann, wenn man ins neue Haus einziehen, unsere eigene Wohnung, möchte ich, äh, mindestens 18.000 auf dem Konto haben. Dann holen wir mal das neue Gehäuse erstmal. Monitor können wir nicht holen. Können wir nicht so viel kaufen. Okay, jetzt reicht das mal. Jetzt heißt es nur das Spahn. Und das neue Gehäusehammer. Ach, sieht schön aus. Los ran, hier arbeiten. 65. Wunderbar, geht da ganz schnell dann weiter nicht. So, nochmal, wo da über 200. So, jetzt machen wir mal noch schnell ein Gaming-Video. Guck mal, nochmal arbeiten. Ja. Weil unsere lieben YouTuber Zuschauer dürfen wir ja nicht enttäuschen. Sondern. Das war der ersten Pämme, ähnlich noch drauf. Ja, 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 war klar. Okay, Mann. Hauft! Essen nur nach dem Mündlein hier, das Ungewaschen ist. Schau mal so, hier gleich mal, zack, gleich mal vier Stück hier. Okay, das ist doch wunderbar. Papp, Papp. Pappi 15! Happy Birthday! Oh, das ist noch besser. Happy Birthday! Das ist noch besser hier. Happy Birthday! Hat doch keiner Geburtstag. Okay, kann ich nur das machen. Leider. Puh. Noch mal neuer Rekord, über 100. Es wird doch langsam. Was? Jetzt hab ich freigeschalten. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn rum hier? Frau, die nur nicht meinen eigenen Computer hat. Ich muss ne Ausrede. ich bin level ab ich kann nicht mitgekriegt ich bin level sechs lockteile okay kann man jetzt neue karten können jetzt neue karten okay und die haben wir können emotional wunderbar kanal gut bist du 6.000 abonnenten 56.000 aufrufe 70 dollar insgesamt verdient okay aber wir gehen noch mal arbeiten daher alles kann sich dollar noch dazu nur 327 dollar dass sie noch mal passieren nur dass man die mitte nicht zahlen können von runde schlafen essen kann man auch haben wir 65 dollar wir schieben klein noch ein video daher arbeiten eigentlich kann ich das schon mal vorarbeiten geht macht das nicht mehr nach hause kommt das ist ein sauer hier was ist denn das sonst denn ach alter hau ab ich will jetzt ein video machen verzieh dich jetzt endlich hast du pech alter wenn da noch sitzen musst du bist doch nicht bei mir eingestellt du bist du kannst du nicht reden ja endlich hau ab da wir kommen wieder nachher geschissen für die durchgangswohnungen oder was das können wir nehmen was denn ja ich brauche 30.000 abonnenten na kannst du dir mal aus den Ärmel schütteln wenn du denn eine neue Wohnung hast ja aber bitte so ein Summer mit Kloss wo du zu kriegen kannst das geht an wo rückkommt dann kommt nur meine Mitarbeiterin ja das können wir nehmen Übergang ist warte na egal passt zu nix aber ist ja so das haben wir ok wir haben nichts unten das können wir noch nehmen neuer rekord trotzdem noch wunderbar macht doch laune und spaß sind alle weg wunderbar endlich kann man sich irgendwie um das ansteigen hier kümmern hier weißt du wie gesagt ich muss immer in Hinterkopf behalten 4 4 5 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 Hau doch ab! Nachschreiben wir mal was bei Dings. Johnny, ganz ruhig. Hier nochmal mit raus. Ich bin jetzt bloß am Essen kaufen. Da haben wir 518, dann können wir gleich mal gucken. Da haben wir 518, dann können wir gleich mal gucken. Ich bin jetzt hier. Hey, nicht so rumzappeln. Aber, die haben jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Oh, komm mal rein. Ich bin jetzt hierivströmung. Du Editor, nå machen wir noch mal sechs. Alles gut, okay, das ist so schön! Ist jeder woanders? Ja, nein, was ist das hier für 92 groß? Schon so vile ich darin gelernt habe. Ja, aus sunny Jaweiler. Das ist meine Mitbewohnerin, mein Gott. Was willst du? Nee, kann ich nicht. Kann ich ins Kino. Ich muss arbeiten, ich brauch Geld. Arbeiten! Ja, altes hast du pät. Ich habe noch keine Playstation. Wie oft denn noch? Verdammt! Nicht alles kaufen soll, ey. Der bräuchert Geld ohne Ende. Ich gucke mal nach. Konsolen. Wie teuer. Ob wir uns vielleicht eine leisten könnten, ne? 2 und 3, 2 und 3. Solche konsolien dort. 188 PS2. Was? Wir haben 567 PS2. Da haben wir wenigstens eine Konsole und die wollen wir jetzt wieder reden und arbeiten. der nachgängung die gucke zum markt eine konsole und sie kommt dahin es kann so ausweichen wenn der pc besitzt es kann so ausweichen wenn der pc besitzt ist kann so kontrolle zocken das könnt ihr als zweiten versuch hochladen bei uns auf youtube da sind zwei computers nein nachher menschen aber auch Fussball Fussball 40 Dollar Fussball 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 die sagte zu mir aus mir heraus jahrelang bezahlt auch mieter alter fühlt sich auf wie so ein schweinen ohrwerker aus johann schulden die kommen wenn wir jetzt irgendwas neues nennen musste man heute neue teile holen von hier Mann, ich hab das da nachgemacht. Ah ja, ich hab den Kunkru hier. Wollen wir den Kuh? Bist du gerade, Papa? Mann, der Playstation. Siehst du doch. So. Nimm mal das. Oh, nein. Wollt ihr den Kunkru? So, Ratschlag. Nimm mal so. Hast du gerade was hochgeladen? War Power? Nein. Und wo kannst du hochgeladen, Papa? Nimm mal das. Nein. So, komm. Jetzt müssen wir da ran. Am PC. Ja, rot ab. Schmür ja jetzt, Mann. Ich hab zu tun. Ich hab zu tun. Ich hab zu tun. Was war das, was sie gesagt hat? Raus, raus da, Papa. Dann muss er hoch raus. Dann muss er drin haben. Dann kann man es. Was willst du denn? Das Spiel aufnehmen. Für Honey PSP. Mach alleine. Kommt die schon wieder auf. Aha. Da ist eine Konsole. Zock an der Konsole, Mann. Und hör auf, mein Computer rumzukummeln. Hm, hm. Hm, hm. Ich muss nur ran. Oder? So, zweimal. Ah, komm du doch. Hm, hm. 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 Ja, hau ab. Ja, hau ab. Ja, hau ab. Haue ab. Ja. 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 Danach geh ich einkaufen noch. Hä? Papa, gleich mal her. Ja, hau ab. Ach, wie gesagt. Ja. Du musst dich mal ein bisschen benehmen hier. Dann zaubern meine ganzen Zuschauer ab, ja. Aber du kannst ja einen Computer, ne? So, da haben wir was, da haben wir was. Was ist das unten? Autorennen, alles klar. Oh, dann schieben wir gleich mal. Da ist die Küste. Neues Video hinterher. Nein, nicht aufrüsten! Du Arschloch! 52 bloß! Das war ein Peelgriff. Guck mal! Nein, da hast du Pech! Nimm mal das. Ja, für die Kritik. Warum gehst du nicht mal an die Konsole, du Kuh? Jetzt ist eine Konsole an, wo ich gerade sitze oder was? Ja. Da geh raus! So. So. Komm ran jetzt hier. Ran an den Computer, Mann! Mach die hin jetzt! Und? Neuer Rekord! Ja. Hochladen! Ich bin jetzt hier. Und? Und? Ja. 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 Nh�resang. Ich bin jetzt hoch geladen. ja! Ja, ich bin jetzt raus. Ich bin kein Rein��� trem. Ja, komm Hilfe! Ja, komm Hilfe! Ich bin extra kām! Ich bin skirtschig auch gar nicht. Ich bin blank drauf! Ja! Man aber jetzt nebenan geben. Erstmal muss er schlafen, weil er kommt ganz schlapp drin. Wie Papa, meistens. Oh nein, ich wollte doch noch was essen. Was ist denn schon wieder? Ach man, das ist ein blödes Spiel. Geh weg! Mensch, du blöde Kuh, hau ab! Jetzt lass dich da ran, wo ich weg bin, oder was? Kann ich mich verarschen? Nein. Die habe ich zwar nicht, aber okay. Die habe ich zwar nicht, aber okay. 50 Dollar. 50 Dollar. 50 Dollar. Na gut. Ja, ja, halt die Klappe. Bist ein Vertreter von Honi, Klappe. Trotzdem keine Lust. Du sollst essen! Warum machst du das immer weg, Junge? Ja. Ich glaube, ich tue mal jetzt ein bisschen aufrüsten. Gleich. Aber erst mal gucken. Drei Stück. So, neue Tastatur. Neues Gehäuse. Oh Mann. Hier. Neue Kamera. Neues Mikrofon. Kopfhörer. Ne, die sind neu. So. Das reicht erstmal. Und jetzt geht mal Doppel- und Treffer arbeiten. Oh, 20 Dollar! Boah, die greifen hier tief in die Tasche. Oh Mann. Oh Mann. Bein. Wer jetzt nun kommt? Die greifen hier wirklich tief in die Tasche. 20 Dollar. Wer jetzt nun kommt? Hammer! Schauss. 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 muss ich nachher alles neu einstellen das kann ich jetzt gleich machen ich mache jetzt noch eine schöne neue gaming-video 8 dollar kriegen wir noch auf 9 dollar dann haben wir das hier noch schön los setzt sich gleich ran junge normale auflösung wunderbar pop filter und stereo und aufnahme starten dann machen wir das hier perfekt passt genau Das! Das! Nein! Kassen! Nein! Baba! Oh, Mann! Erf! Alter! Du drückst dich einmal in diesem Kaffeespiel hier. Schon ein bisschen Zeit für's Leben. Naja, kein neuer Rekord. Was schreckst du denn rum hier? Komm ich mal. 25 Dollar. Hm. Hm. Ich muss doch mal. Aber... Hm. 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 5.717 Abonnenten Johnny Hallo Hallo Ja Los Papa Sehr schön In dem Zimmer und von dir darfst du nicht mal rein, Papa Wenn Papa mal echt mal so viele Abonnenten hätte auf Youtube Papa In dein Zimmer darfst du nicht mal rein Papa Wir müssen den Zeichner mal rein Da rein gehen Und Monster drin Ja Monster drin Da war es nicht bekannt von garm Ja Papa Dann kommst du hier Von dir und mich rein Guckst du gerne dir und mich rein Wo kommt denn? Ach wo ist das? Wunderschöne Wo ist das? Boah Wunderschöne Geben Wunderschöne In Die Scension ig Nicht ran gehen. Der soll zur Tür fahren. Oh ja. Das noch. Nein. Boah, Alter! Ah, bald hier. Aber... Ein Computer. Das müssen wir mal so machen, jetzt. Die dachte nicht mehr rin, Papa. Ich kann nur... ...das machen. Ich hab nix anderes. Das ist jetzt schon Minus. Null. Papa. Ja, hau ab da. Meine Güte. Läser. Und? Läser. 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 da kommen wir mal ein paar die heute nach haben wir noch ja jetzt hast du pech wie gerade raus was ist das denn hier ich bin wieder kaputt gegangen und es ist hier in einem Dings rum hab ich nicht um blablabla blablabla weil ich mit anderen nicht tanzen können mit der bin ich schon befreundet ok ich kann nicht auf den pc klicken hast du schon mal ich kann nicht auf den pc klicken hast du schon mal auf und mann er ist immer noch kettung kaufen ab vor allem ist es ein so wie Okay. Ja. Meine Güte, lass mich jetzt mal in Ruhe mit dem Scheiß. Hallo? Hallo? Wir sind wahnsinnig. Wird nicht höher. Farber, du bist 7! Das ist 7. Neerzeit. Das ist du. So. Zweimal Arbeiten. nicht mehr schaffen mit die neue wohnung wir haben schon 15.000 30.000 wohnung mitarbeiter mitarbeiter wohnung f die dochter nicht mehr nur noch das war bei dir Hausverbot, Papa! Das ist der Hausverbot bei dir! Nicht du! Du gehst raus, nicht du! Du oder die? So, los, arbeiten! Ja, du kannst rausgehen! Du kannst jetzt raus! Aber folgt die da nicht! Ja, Papa! Mö, musst du die folgen? Hör doch mal jetzt bitte auf! Du musst euch zeigen! Und trinke da mehr! Trinken! Wenn ich schlafen tue, trinke ich, ne? Schlafe nicht! Was ist hier? Ein Spiel für Hochland, ne? Da können wir noch auslutschen! Alles! Na, trink ja los! Geld Klicks und Likes und schlafende Hundebäume Dann lasse doch hinkommen Perfekt Ah, die darf doch nicht drinnen. Aber hast du da Klebeband, dass sie nicht mehr rin kommt? Zornier. Dann kannst du die Tür verkleben. Weg da. Mein Computer. Schade ab. Da wegschieben. Da oben. Ja, du doch. Kannst du hier vorsehen. Du doch da wegschlafen. Was? Und Nadine auch. Hm, 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 hm. 65, zweimal 65. Und danach tun wir mal einen Computer, aber da oft das stimmt, Johnny. Hm, hm. Nö, 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 dass der kaputt geht. Warpapa? Warpapa? Oh, und danach müssen wir noch Spiele kaufen. Zwei Stück. Da eins. Eins für den PC und eins für die PlayStation da unten. Komm, kannst gleich wieder raus. Poppa, komm, komm. Komm, komm, komm komm! No, komm, komm. Wow, komm. Wya, komm. Wya, wya, wya. Wir haben 49 Dollar, Johnny. Wya, komm da jemand. Papa, du hast gar nicht da drin gegessen, Papa. Papa, du hast gar nicht da drin gegessen, Papa. Sonny, äh. Das für nichts mehr? Oh Mist, alles zu teuer. Ah, die Kopfhörer können wir holen. Papa. Die Maus können wir noch holen. Die Monitor hinein. Und immerhin das ist der Tor. Ja. Und dann, jetzt gehts erstmal essen. Ah, die ganze Kamera. Hau doch weg, ey. Das ist mein Computer, du Nuttenkopf. Mhm. Meine Fresse, ey. Kannst du dich immer von der Seite aufziehen, Papa? Macht euch auch nicht dran an den Computer. Kannst du mal mal gucken? Warte mal gucken, ob wir alles drei hinkriegen. Warte mal hoch. 20 Dollar. Jetzt kommen natürlich nur die kleinen Preise, weißt du? Mhm. Jetzt holen wir auch einen Haufen Geld aus jemandem. Warte mal 20 Dollar. Und dann 10 Dollar. Dann müssen wir schon ein neues... Äh, siehst du, wie ein neues Video spielen muss. Und wir auch noch holen. Dann kommt jetzt ernst für den PC erstmal. Dann kann man gleich am PC ran springen. Weißt du? Mhm. Ja. Ja, wir wollen doch nochmal für 10 Dollar einkaufen. Ja. Ja, arbeiten jetzt. Kacka-Fell kannst du nochmal einkaufen? Äh, ja, Dings. Oh Gott. Das einkaufen hier. Ah, hier. 13 Dollar. Ja, damit. Yeah! Nee, das sind ja Euros hier eigentlich, ich glaube. Was heißt, können wir gleich ein Gaming-Video mal bekommen? Da hol mal es die Leute! Zack! 100%! Randa! An die Buletten! Arbeiten musste. Aber... ... 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 275 ja damit das nehmen wir natürlich mit hier schlafen heute c gameplay video wunderbar das kann man mitnehmen und die alte mini auf dem sack geht hier so immer arbeiten weil es erstmal hochgeladen werden muss zahlhammer zeit komm komm ich muss schneller dran sind als wir die alte dann drin kommt ist niedrig kann nicht anders muss sein ja schauen wir uns bin so genau aufnahmen starten das ist das das Was ist das? Ja. Das kann man nicht nehmen. Das kann man nehmen. Deswegen ist er da hinten. Mit drinne. Ja, das passt doch wunderbar. Mir die Faust aufs Auge. Und Übergang nicht weiter. Und Übergang nicht weiter. Aber die Alte kommt, wa? Ich soll ja auch wieder aufbekommen. Ja. Das ist der Computer. Wie steht das schon mal da? Hm. Wo? Oh, du kannst mich mal. Der Computer ist eingeschlafen. So. Und jetzt dreimal arbeiten. 55. 55. 55. 55. Und danach kannst du schlafen. Oh. Dann schleppt er sich rein hier. Ja. Danke. Das ist ein Level ab. 622 Dollar. Du bist schon 8 Papa. Ja. Nummer 1. Arbeiten. Monatliche Kosten. Ja, ja. Wir haben jetzt genug Geld. Wir können jetzt von YouTube leben, Junge. Wollen wir mal arbeiten gehen? Nummer 2. Nummer 3. Oh. Und jetzt kommt Nummer 3. Oh. Ich weiß nicht, wie wir jetzt rumfallen. Aber wo? Oh. Oh, gleich. Rote Bereich. Oh. 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 Oh, komm. Guck mal, Freischaltung bei Zwei-Zimmer-Loft, ein Mitarbeiter, Freischaltung bei Luxus-Apartment, Freischaltung bei Villa, da haben wir drei, können aber vier machen, Freischaltung bei Raumstation, so weit muss man erst mal kommen, komm jetzt hin liegen hier, mach ich hin, komm, komm, das fällt mir nur auf die Strasse um, hat sie gleich Pech, weg, ich muss mein Essen kaufen, weg, die Schlampe, oh, ist das denn jetzt schon wieder, warum, was willst du, oh, Party, natürlich, nehmen wir mit, wir brauchen ja noch einen Mitarbeiter, Johnny, da, ja, schon wieder, wenn willst du mit dir tanzen, mach, ach, das Maximilian, mit dir mal herjagen sind, Papa, tanzen, komm eigentlich ja auch nicht, wird er eigentlich hier, komm her hier, wer bist denn du, Fremder, über Ruhm und Geld reden, oh man, meine Güte, das ist doch scheiße hier, totale Kontakte zu knüpfen für Mitarbeiterstorf, ja, du brauchst einen Freund nämlich, und das soziale Netzwerk geht mir auch auf den Sack, und das soziale Netzwerk geht mir auch auf den Sack, sowieso nicht, Papa brauche ich ja die Leute, so nach den arbeiten hier das schlafen müssen wir doch erstmal blöd zusammenkriegen warum soll ich mir so viele videospiele kaufen oder 800 haben arbeiten drei mag ich immer arbeiten netze nicht genug kohle habe das bett war todmüde ins bette kaum schneller mit die schnelleren die so zeit war jacob Kurs 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 Hahahaha ich war schneller auch Guckmann 3 Schreitzen! Oh, Home-O-Deal 25! Home-O-Deal! So! Komm, du kannst noch was essen, bevor... Mh-hm! ... die Scheiße Event anfängt! Ne! 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 Ich nehme mich wieder. Hallo, wie ist denn das? Warum? Ja! Ja! Zeichne dir die Türe! Ja! So, jetzt gehen wir zur Präsentation. Wir sind sehr weit gekommen bis jetzt. Wir haben Geld. Nicht sehr viel Geld, aber wir haben Geld. Warum? Präsentation, wie teuer, wie teuer. Ja! Ja! Ja, mach hin! Fühls wie teuer, 50 Dollar! Fühls wie teuer! so wenn man reicher reichen vor ihm sind kommen erst die fotos so wir haben zwei neue spielekosten können wir ihn hinterher schmeißen aber ich glaube wenn sie immer noch nicht mitgekriegt hat dass du das nicht machst und dass die da wir machen das jetzt mal und dann gehen wir noch mal zweimal arbeiten schlafen essen und dann rüsten wir mal den pc noch mal auf aber eigentlich muss man dreimal das kann man nehmen so wieder ja 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 es ist niemals ausmachen Ich glaube, ich hör schon, oder? Ich hör schon, oder? Ich hör schon, kaputt! Der PC geht kaputt, Johnny! Oh, schon, jetzt! Aber! No, ich kann! Ja, ich muss vor allem verweisen, halt, klar! Du bist sein, ja! Der PC geht kaputt! Das ist ja nicht, oder? Das war, da ... Oh, aber ... Der PC geht kaputt! Der PC geht kaputt! Der PC geht kaputt! Der PC geht kaputt! sich Peter Krater bei Ich habe gehört, dass es ein paar richtig coole Spiele heißt. Ich habe es schon spielen. Da ist ja auch eine Strecke im Fernseher. Die spürt ihr ja auch nicht. Wir haben 19.000, wir müssen die 30.000 haben, dann kriegen wir es vielleicht noch hin, dass wir umziehen können und dann wechseln von der. Weil ja noch mal arbeiten geht. Kann der reinkommen? Essen, Essen, los! Mhm, mhm, mhm. Der ist auch nicht mehr, Papa. Der ist auch nicht mehr, Papa. Papa, sagst du, wenn die, wenn die wieder kommt, dann gehst du schnell ran? Oh, guck mal, drei Monitore. So wird das Papa auch ran. Da ein Monitor, da ein Monitor und da ein Monitor. Komm, die können wir uns mal. Komm, die können wir dann noch. Da sind die anderen Tür. 45. 45. Drei Mal und dann schlafen. Okay, kommen wir nicht mehr ran. Ja, ja, du mit der blöde Versteigerung. Hast du auch einen Computer? Das habe ich noch nicht gesehen bei dir. Ja, nein. Aber du bist jetzt aus der Seite. Nein. 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 Na komm, mach doch nicht so einen Käselappen hier. Jetzt isst sie und wartet auf die Kuh da. Die Kuh auf der Weide. Wollen wir noch mal hinkucken? Hier. Wenn jetzt warten wir, dann macht sie. Nein, warten wir nicht. Auf jetzt. Brauch zu essen, oder? Vollfüllen, fertig. Und die schon? Nein, haben wir nicht. Und los. Ich bin anscheinend der Einzige, der einen Computer hat. Und warum? Dann kann die nicht mehr kommen, Papa. Dann kann ich auch keine Videos mehr hochladen. Schon mal daran gedacht? Was? Dann machst du ja später. Ha, 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 ha. Dann hab ich ja keine Kohle für irgendwas. Wieso? Tja. Ha, 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 ha. Ah, ha, ach. Aber die sind nicht mehr Koppel. Die sind doch nicht dumm! Die sind doch nicht dumm! Die sind doch jung! Die sind doch jung! Wie soll ich dich in Ruhe lassen? Kann man... Aua! So! Ja, erst mal... Da muss man mal... Da ist der Kopf im Brunnenfeld! Dann kriegst du es mal mit! Vielleicht! Aber! Aber! Johnny! Dann antworte meine Frage! Die fängt ja noch nicht so runter! Hier! Ja! Hab ich nicht! Hau ab dann! Wenn du die Zeit hast! Hä? Wann siehst du? Aber! Johnny! Ruhe jetzt! Aber jetzt mal... Brauchst du da mal nicht! Aber! Ja! Ich hab... Ihr sagt welches Ziel ich habe! Mindestens 20.000 will ich haben bevor ich umziehe! Damit es nicht so schwerfällt! nhm... hmmm... Ja, gehalte denn! Hau, hop, hop, hop! Soll ich die da hin? Oh, ich kann da arbeiten jetzt gleich abschließen! yeahy! Ich muss dreimal arbeiten! Yeahy! Soll ich die da hin? Jörner! Geh, mach mal zurück! Wie soll ich die da hin verpässe? Hey! Oh, wie soll ich die da hin? Oh! da raus. Oder was? Oder? Ja, kurz rum. Muss der noch mal? Wow, Papa. Mhm. Oh, jetzt ziehst du gleich wieder rein, kommst, Papa. Und wie kommst du gleich rein, Papa? Oh. 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 Wo kommst du hin, Papa? Ruhe jetzt. Da kommst du. Hä? Yeah! Und dich, Papa? Es läuft doch da, lieg doch auf dem Bett, Mann. Bist du blind? Nee, da. Wo wurde meine Tür raus? Das ist so großartig! Mhm. Nur hat blut zu neute! Papa. Das war's! so machen noch ein bisschen keine angst Leute das muss man nehmen alles andere ist Minus da muss man auch mal verkaufen kaufen wieder unten ich habe leider das sind doofe Karten ja oh ja das funktioniert wenigstens die 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 Kannst du die Dinger noch ausmachen, Papa? Ah, warte mal. Level Up. Stufe 9. Talente. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Stufe 9. 10. Nee. Stufe 9. Garten. 415. Ich hab leider nix. Wir machen bis Stufe 11. Ja. Stufe 11. Was ist das? Auto mit 3D-Logo. Ja, das wunderbar. Das funktioniert doch mal. So. Safen. Essen. Hallo, was ist denn hier? Mhm. Mhm. Meine Güte. Was haben wir denn hier für... Ist das hier große? Of course. Was ist denn für große haben wir denn hier? Was ist denn für... Ach, ach... 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 Ach, ach... Ach... Hm. Komm, komm. Machen. Ach, die Schuhe. Hammer. Hm. Yeah. Was hast du? Habe ich doch gar nicht, Mann. Machen, Papa. Neue Konsole müsste ich mir kaufen. Aber die raus ist... ...verriegeln. Also... ...mit... 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 ...mit Holz... ...schließen. Bis die wechseln. So. Jetzt erst mal arbeiten. Na, hier raus. Warte. Minus. Schm llemys-Videos. Gn Een Jaunny. Gn Ich-Vonny. Schm llemys-Videos. Echt mein neues Video-Spiel zu erst mal kaufen. X-Videos. Da wäre er wohl! Da wäre er wohl! Mann, hau doch ab, ey. Nein, will ich mit dir Party machen. Schade, ich muss erst mal ein neues Spiel kaufen. Sind beide im Abschlussbereich. So, hier haben wir ein PC, hier haben wir ein PC. 9. April, 4. April. Ach komm, holen wir mal. Dings. Was, das letzte Spiel kann man nicht verkaufen? Schweinerei. Mal gucken. Jetzt können wir uns verkaufen, oder? Mal gucken. 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 Ja, hau ab! Mann, ich muss da ran! Hey, hey! Oh, ist doch perfekt! Na, na, neuer Rekord? Ja! Oh, schlafen! Komm! Ach, du Arme! Nein, ich muss da an dem Computer was machen. Weil der Ton hat nicht gepasst. Naja, ich krieg dir was zu essen. Mund halten! Mund! Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Was, noch mehr zu essen? Ja! Arschen, Alter! Hm, mhm. Hm, mhm. Hm, mhm. Was denn? Für was denn? Blitzischen 3? Die haben schon alle Blitzischen 3. Lass mich doch mal in Ruhe her. Echt mal. Hm, mhm. Ja, aber nicht da. So, jetzt kann man arbeiten. 55, nochmal eins. Nummer zwei. Nummer drei. Und danach schlafen. Und essen. Müssen ja auch noch einstellen gleich. Naja, wir sind nach Nummer drei vorbei, ja? Wieso wird doch die Speicher an der Seite? Mais kommt hier. Aber was? Mais kommt hier. Aber mehr. 2 Stunden und 8 Minuten schon. Hm? Das ist natürlich noch länger. Und die kommt. Doch nicht mehr kommt. Aaaaaaaah. Lass es doch. So, dann kommst du da. Ja und lass es doch. bin ich jetzt gerade am Computer? Nein, also! Also! Wenn du noch mal hinkommst! Ich glaube, dass ich eh ins Bette 44 K Aufrufe Wenn ich immer einen richtigen Leben so viel hätte, Johnny Dann wäre ich so glücklich! Ja, hau ab! Hey, hey! So, du tust jetzt Essen, Kumpel Machen wir gleich noch mal ein Video Vor das Zepter genutzt ist 50.000 Aufrufe! Meine Güte, was ist denn das los? Mir kommt hier Remy Komm, kommt jemand Na, wie machen wir das? Das ist perfekt! Das da, das da, das da! Das da! Verdammt, das ist Minus! Alles Minus! Das da! Das hier! Das da! 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 wir müssen erstmal wieder Essen kaufen, weil wir haben nämlich kein Essen mehr. Kratze mit dir ich noch nie. Das heißt, Essen kaufen. Mal gucken. Warum so schlecht? Johnny. Jo, da arbeitest du für mich. Du hast hier einen eigenen Computer. Ja? Mal umziehen. Nein, ich glaube für dich hat er jetzt gehen mehr. Dein Computer ist kaputt gegangen. PSP. Lass mich in Ruhe. Komm, rin jetzt, du Lappen. Hier ohne. Hat doch die Klappe jetzt, Alter. Ja. 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 Na ja. Ja. Na ja. 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 Und dann stehst du an dein Ding da, dann sollst du die Tür zeichnen, dass du zurückkommst, dann bist du. Das da. Mal das Minus? Und das mal gucken. Das da? Das hier? Ja. Oh, oh Gott! Oh, siehst du? Das ist... Toni hier! Das da? Komm mal nimm! Das hier, komm mal nimm! Hör auf! Das hier, komm mal nimm! 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 Wie hast du auch mal nimm! Wieso ausgemacht? Wieso ausgemacht? Wieso? Ist das aus? Wenn du ausgemacht hättest! Was? Oh man, ich will nicht mal zu scheiß Events latschen. Ich will jetzt zurück. Hä, wo möchtest denn du hin, Papa? Papa? Du musst doch hier dreimal sein. Papa? Komm mal von vorn, Papa. Nein! Wieso, Papa? Du musst jetzt nur noch einmal? Wir ziehen jetzt um. Ich hab Lust auf umziehen. Immer noch nein! Nein! Natürlich! Natürlich! Hallo! Und machst du das nicht, du blöder Sack? Hey! Mhm! Mhm! Jetzt macht das erst aus der Dumm. Wo ist Linda? Du bist ja eh ne Stunde, du blöder Hund! Ich springe am Halsdor. Mein Charakter, also mich selber. Sechzig Dollar, du hast den Arsch auf ihn. So, ja, hör auf, Junge! So, geh nach Hause. Wollen wir jetzt noch richtig arbeiten? Danke. Nee, ne Güte. Ja, ja. Ja. Nein, nein, nein. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Noch eh mal kommen. Wir müssen mindestens über tausend rausgehen hier aus der Buda. 31.000 Abonnenten Ich bin draußen und wir ziehen jetzt gleich um nach dem Schlafen Warte, was ist noch mit daneben, Leute? Wer weiß? Schlafe, komm! Schlafe, komm! Schlafe, komm! Schlafe, komm! Warte mal! Tu erstmal essen, Kumpel! Ich frieße es noch! Japp! Wurde im Aussehen, musste ich mir Gedanken darüber machen was ich meinen momentanen Mitbewohnern erzählen sollte. Hey, sag zum, ich habe gehört, dass du in eine größere Wohnung ziehen möchtest, weil du etwas mehr Platz brauchst. Bist du dir sicher, dass du mich nicht als deinen unschlagbaren Kumpel mitnehmen willst? Danke für dein Angebot, aber ich lebe gerne hier. Und du brauchst momentan genug Platz für dich selber. Keine Sorge, ich besuche dich so oft es geht. Du bist ein wirklich guter Freund. Ja, dann hauen wir mal ab. Und dann siehst du dir noch, dass es läuft. Die neue Wohnung war toll und allem viel größer. Hier habe ich angefangen, mein eigenes YouTube-Team zusammenzustellen. Ich habe meinen ersten Mitarbeiter für meinen Kanal eingestellt, um doppelt so viele Videos zum Produzieren und Abonnenten zu gewinnen. Meine Mitarbeiter hatten die Möglichkeit, gegen Bezahlung Videos für meinen Kanal hochzuladen. Dazu bekamen sie einen genauen Arbeitsplan von mir und gingen wieder nach Hause, sobald sie eine Pause brauchten. Es war an der Zeit, ein paar Mitarbeiter anzuladen, die bei dem Videos helfen. Zunächst musstest du einen Freund bitten, in dein Team zu kommen. Ja, du nicht. Ach, ist auch ein Freund. Cool. Ich hatte mal den ersten. Ja, du hast jetzt mal auf. Ja, du kannst doch das ja machen. Zack. Ja, du kannst da noch ran. Bis ich oben erst mal. Warte mal, guck mal hoch, geh mal nach oben. Guck mal mal. Wir müssten oben eigentlich noch ein PC haben. Eine Stelle für ein PC. Ah ja, ja. Kommt ja später. Genau. Okay. Kannst du da auch bauen, Papa? Also Treppen bauen? So. Karten. Karten. So und groß. Kannst du da noch einen Stück tiefer? Tiefer geht's doch nicht. Das ist doch nicht die Sinking City, Mann. So. Aber kannst du auch mal die Türe da? Ja, da. 75 Dollar. Oh, können wir eh mal machen jetzt. Dann ist er nämlich wieder müde. So, siehst du, eine Zeit macht der Mitarbeiter alles. Von mir um nix mehr kümmern. Großes Bettel. Aber. Da ist das große Bettel, Mann. Bist du blind? Ich entscheide weiterhin. Ja. Schlaf doch weiter, Junge. Was ist denn los? Was ist denn los? 75. Kann man da auch duschen? Mh. 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 Ich nehme den mal hier mal eine... neue... Verhausung . schon hinterher machen nur die Randa machen war guck mal das Luxus Apartment das wäre das nächste mit drei Arbeitsplätze eure Mitarbeiterin kaufe einen neuen PC und poste zehn neue Videos das schaffen wir und dann wieder 1 dann wieder unten 2 so um um Mh, mh, mh. So, komm, naht hoch. Genau. Na ja. Bist du jetzt da ran? Neue Spiele holen. Kannst du dann links noch mal durch die Türen? Der Mensch noch? Also durch die Antwort? Wir haben schon mal eins. Wir haben mal eins. Wir haben mal eins. So, drei Stück. Drei gekauft. Was gehst du jetzt hier? Für was? Für den PC. Okay. Guck mal, Maximilian zu. Zuweisen. Nicht durch die Tür. Doch. Was tut er da wohl? Wir müssen arbeiten. Das ist die Arbeitstür. Aber? ... Mal ... ... ... ... ... ... Er ist doch mal zurück. Nein. Der ist müde. Nee, der kann nicht so sein. Kann der auch mal machen. Wo jetzt? Die schon wieder? Tschüss. Was? Was machen die wieder hier? Sagt der so paar mal vorbeikommen? Das hört doch auf zu maulen. Mhm, mhm. Noch einmal 75. Dann gucken wir mal das Ergebnis an. Von dem jungen Mann. Der da rumhopst. Dann speichere ich und dann gehts los. Dann ist es für Feierabend. Dann müssen wir noch was zu essen machen. Hier ist es doch noch einmal zum Kuchen. So. Wir gehen mal schlafen. Mal ganz kurz. Oh, oh, oh. Ah, siehst du. Yeah. Mach jetzt ab. ist jetzt mal hoch da 150 150 Dollar. Oh, hier. Nicht den da. Nicht den da. Nimm mal den da, bitte. Oh, und ich nehm den. Oh nein, mein Gott. Mein Gottchen. Mein Gottchen, mein Gottchen, mein Gottchen. Ich bin immer so nett da. So, danach ist Feierabend, wenn ich jetzt hier gemacht habe. Ich bin immer so nett. Das, das müssen wir nehmen. Andere ist Minus. Das ist Minus. Hinde waschen. Aber was ist ein Minus? Du. Das kann man wohl nehmen. Ich bin immer so nett, was man noch machen muss. Das ist Minus. Oh, ich bin immer so nett. Oh, neuer Ikon. Hochladen. Sind wir schon fertig? so schlafen und essen wunderbar was los hier ist drin hallo hör mal auf bitte was los hier abbrechen kenne ich nicht immer arbeiten noch dann speichern wir sind schon ganz weide dabei heute Was eins nehmen? Das reicht doch für Papa nicht, Mann. Oh, du kannst auch das erste, wie ich hier das Name verwahrt. Lauf doch rum zu fummeln. Wir haben gespeichert. So, Jungs und Mädels, das wars. Ich wünsche euch noch einen schönen Montagabend. Hau rein! Und tschüss! Guck! Guck!